Sie planen Unternehmensberaterin oder Unternehmensberater zu werden? Als Obmann der Fachgruppe informiere ich Sie gerne über den Zugang zum Gewerbe der Unternehmensberatung. Mein Name ist Martin Purschitz und ich bin der Obmann der Fachgruppe UBIT Wien, der Interessensvertretung aller Wiener Unternehmensberaterinnen und Unternehmensberater. Die relevante Vorfrage ist, welche Leistungen wollen Sie am Markt anbieten? Fällt diese Leistung tatsächlich unter das Gewerbe Unternehmensberatung? Auskunft darüber gibt Ihnen das Berufsbild der Unternehmensberatung. Dies finden Sie unter ubit.at-ub-berufsbild. Das Berufsbild bringt vor allem auch das Wesen der Unternehmensberatung, nämlich den Gesamtblick des Unternehmensberaters auf das Unternehmen zum Ausdruck. Das Berufsbild für Unternehmensberatung zeigt Ihnen, das Leistungsportfolio der Beratung ist sehr vielfältig. Unabhängig von einer der Spezialisierungen der Unternehmensberatung ist immer die betriebswirtschaftliche Beratung der Kern des Gewerbes der Beratung. Genau darauf stellen auch die Voraussetzungen für dieses Gewerbe ab. Sie benötigen daher 1. eine fundierte betriebswirtschaftliche sowie 2. ausreichend wirtschaftsrechtliche Kenntnisse und 3. eine Tätigkeit als Beraterin oder Berater in einer Unternehmensberatung oder im leitenden Management, in dem Sie Ihr Umfeld, die Organisation, in der Sie waren, analysiert haben, Lösungen entwickelt und deren Umsetzung beraten oder gesteuert haben. Diese Kenntnisse müssen Sie als Gründerin, als Gründer gegenüber der Gewerbebehörde schriftlich nachweisen. Dies kann vor allem durch Dienstzeugnisse oder auch Referenzen erfolgen. Ergänzen können Sie diese Unterlagen insbesondere durch Ausbildungszeugnisse, vor allem jene, die Sie am Ende einer betriebswirtschaftlichen Ausbildung erhalten haben. Als Fachgruppe UBIT Wien bieten wir Ihnen jene Service, dass wir Ihre Unterlagen vorher ansehen und Ihnen entsprechendes Feedback geben. Mailen Sie uns bitte dazu folgende Unterlagen. Erstens, in welchem Beratungsfeld wollen Sie zukünftig beraten, worüber wollen Sie beraten? Zweitens, einen kurzen Lebenslauf, sofern Sie einen zur Verfügung haben. Drittens, Zeugnisse über Ausbildungen, vor allem jene im Bereich Betriebswirtschaft und Wirtschaftstreicht. Zu guter Letzt Dienstzeugnisse oder weitere Referenzen, wo Sie etwaig selbstständig tätig waren. Inhalte dieser Bestätigungen sollten insbesondere Dauer, Inhalt, Verantwortung Ihrer Tätigkeit sein. Das bedeutet im Klartext, wie lange haben Sie in diesem Unternehmen gearbeitet, was haben Sie dort gemacht, wofür waren Sie verantwortlich oder welche Entscheidungsbefugnis hatten Sie. Wollen Sie einen Standort in Wien? Dann schicken Sie diese Unterlagen einfach per E-Mail an ubit.wkw.at. Sie erhalten innerhalb weniger Tage ein Feedback. Die Entscheidung, ob Sie die Voraussetzungen für das Gewerbe erfüllen, fällt zu guter Letzt ausschließlich die Wiener Gewerbebehörde. Nutzen Sie vorab das Service der Fachgruppe UBIT Wien. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Gründung Ihres Unternehmens. Ihr Martin Purschitz 她m ist frei. Untertitelung des ZDF, 2020